Die Menschen in den Krankenhäusern, vor allem die nicht geimpft sind, die Omikron-Variante steht vor der Tür, die nochmal deutlich infektiöser ist. Wir haben eine Chance, das heißt impfen. Und durch diese tolle Aktivität, durch Sie alle, durch die ganze Blaulink-Familie zusammen, wirklich alle unterschiedlichen Verbände, die Kommunen, die Messe, die Kolleginnen und Kollegen aus der Politik, aus den Ämtern, aus der Kommune sind beteiligt, von den Ärzten, die Ärztekammer, alle sind da. Wir sind hier auf der Messe Stuttgart in der Halle 9 bei unserem Impfmarathon Wir Impfen The Land. Wir impfen 48 Stunden, von jetzt an heute 18 Uhr, durchgängig rund um die Uhr bis Sonntag 18 Uhr. Wir sind ausgelegt auf bis zu 20.000 Impfungen. Wir haben für heute Abend, Freitag, recht viele Anmeldungen. Unsere Kapazitäten sind bei weitem noch nicht erschöpft. Kommt vorbei, lasst euch impfen, auch gerne ohne Termin. Der Impfmarathon ist als Drive-In-Prinzip konzipiert worden. Das heißt, die Besucher kommen direkt mit dem Auto angefahren, bleiben im Auto sitzen und fahren mit dem Auto direkt hier in die Halle 9 zum Impfen. Im Anschluss geht es dann weiter in die gegenüberliegende Halle 7 für die 15-minütige Nachbeobachtungszeit, wo dann auch ein kleines Rahmenprogramm mit dazu stattfindet. Da haben wir die Semf als Entertainment-Partner gewinnen können. Es ist eine wirklich große Aktion, wo wir auch ausdrücklich nochmal die gute Zusammenarbeit hervorheben müssen. Wir haben als große Partner hier mit dabei zum einen den Landkreis Esslingen, die Messe Stuttgart und die Malteser. Die anderen Hilfsorganisationen hier aus dem Landkreis Esslingen unterstützen hier auch sehr tatkräftig. Wir haben das Rote Kreuz mit dabei, die Johanniter. Wir haben die Freiwilligen Feuerwehren hier aus dem Landkreis mit dabei und das THW. Es ist kurz vor Weihnachten und wir möchten einfach jetzt hier zum vierten Adventswochenende jedem ein Impfangebot unterbreiten. Wir sind schon recht lange hier mit Impfaktionen unterwegs und werden da natürlich auch weiter dran festhalten. Jeder, der ein Impfangebot möchte, wird auch eine Impfung bekommen. Also mitbekommen übers Internet und bzw. im Geschäft haben ein paar rumerzählt, dass hier so eine Aktion stattfindet. Und Anmeldung ging auch ganz neu übers Internet. Ich fand es gut, also positiv auf jeden Fall. Ja, so 20, 25 Minuten. Aber auch das war mit abzusehen und war in Ordnung. Schmerzhaft? Nein, alles gut. Kaum Schmerzen und hat er gut gemacht. Ja, weil wir natürlich wollen, dass möglichst viele Leute geimpft werden. Und gerade meine Töchter, die kriegen heute die dritte. Ich bin schon zum dritten Mal geimpft und da tun wir natürlich auch für die Gesellschaft. Wir haben es aus der Presse erfahren und ich habe gedacht, ja klar, so ein Impfmarathon, das geht sicher zügig und ist auch gut organisiert. Ich finde, das passt alles hier. Genau, ich habe die dritte Impfung am Mittwoch bekommen und heute meine Mädels und meine Frau ist auch. Und dann sind wir froh, wenn wir alle durch sind. Ich finde es ganz cool, also ich finde es praktisch, dass man da nicht aussteigen muss, sondern sitzen bleiben kann und dann einfach, dass es durchläuft so. So, das ist der Picks. Geht's? Unfalle können Sie ja nicht. Jetzt drückt sie ein bisschen. Okay. Drück jetzt mal bitte mit der anderen Hand drauf. Cool, also wie eine Impfung halt so ist. Cool, also wie eine Impfung halt so ist. Ja, ich bin, ich bin. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.